Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das warme Wasser morgens immer so lange dauert, bis es aus dem Hahn kommt? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video bei SHK Info. Heute mit dem Thema Zirkulation, Zirkulationsleitung und was das mit der Trinkwasserhygiene zu tun hat. Viel Spaß! Als erstes schauen wir uns jetzt aber mal an, wo geht überhaupt das Wasser her, bis es hier oben an der Zapfstelle warm rauskommt. Um euch das zu zeigen, habe ich für euch so eine Zeichnung mal vorbereitet. Und zwar kennt ja jeder von euch im Keller erstmal euren Trinkwasseranschluss, wo das Wasser vom Wasserversorger ankommt. Das habe ich hier vorne eingezeichnet. Da kommt das Wasser also durch die Rohrleitung kalt hier an und läuft dann in euren Warmwasserspeicher rein. Da wird das Wasser also aufgewärmt auf 55-60 Grad. Und dann gibt es ja die Warmwasserleitung, die aus diesem Speicher bis hier oben zur Armatur gelegt ist und diese im ersten Moment mit kaltem Wasser befüllt. Ich zeichne das mal hier blau ein. Und wenn ihr jetzt hier oben zapft, dann strömt erst das warme Wasser unten aus dem Speicher nach. Das heißt, ihr müsst jetzt das ganze Kaltwasser aus der Leitung erst einmal leer zapfen, bis dann irgendwann hier oben das Warmwasser an der Armatur auch ankommt. Das dauert also eine ganze Zeit. Und damit man das etwas schneller machen kann und vor allem so aus Komfortgründen, dass das Warmwasser schon bis oben anliegt, dafür gibt es sogenannte Zirkulationsleitungen und Zirkulationspumpen. Die habe ich jetzt mal gerade hier eingebaut. Die fördert also ständig das Wasser über eine zweite Leitung wieder zurück in den Speicher. Da gibt es also hier an dieser Stelle ein T-Stück, kurz bevor die Entnahmestelle hier oben ist. Und da zieht die Zirkulationspumpe also immer das Wasser hier raus, fördert es hier über die Pumpe in den Speicher zurück. Und da das über die Warmwasserleitung hier einen geschlossenen Kreislauf ergibt, liegt bis zu diesem T-Stück immer warmes Wasser an, sodass immer nur ein kleines Stück leer gezapft werden muss, bis das warme Wasser kommt. Ja, als nächstes zeigt euch Martin jetzt erstmal, wie so eine Pumpe hier aussieht und wie man sie einstellen sollte und wie das Ganze noch funktioniert. Ja, das was Marcel euch gerade auf dem Schema gezeigt hat, haben wir jetzt hier in der Realität. Wir haben hier den Warmwasserbereiter, wir haben hier hinten die Warmwasserleitung, die das Wasser zur Küche transportiert und hier die Zirkulationsleitung, die das Wasser zurückführt. Hier unten die Zirkulationspumpe, gerade frisch eingebaut, angesteckert und ich habe jetzt schon bei einigen Kunden gesehen, das kann ich euch mal als Tipp geben, dass jemand einfach die Pumpe rauszieht, weil er meint, er würde viel Energie sparen. Trinkwasser hygienisch ist das äußerst bedenklich, von daher kann ich da nur zu abraten und energetisch einsparen tut das auch nicht so viel. Da kommen wir aber später noch mal zu, dann nennen wir auch mal ein paar Zahlen. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was das mit der Trinkwasserhygiene zu tun hat und dafür gehen wir noch mal rüber. Ja, was passiert denn aber jetzt, wenn die Zirkulationspumpe kaputt ist oder ausgestöpselt wird, also einfach abgezogen wird? Ich habe euch das mal nochmal hier auf unserem kleinen Schema dargestellt. Da war ja die Zirkulationspumpe und die Leitung und alles was schwarz ist, das ist die Zirkulationsleitung und wenn die Pumpe halt ausgesteckt wird, wird dort das Wasser nicht mehr durchgefördert und es kommt zu einer Stagnation in der ganzen Zirkulationsleitung. Ja und stagnierendes Wasser? Stillstehendes Wasser. Stillstehendes Wasser kennen wir auch, denn das Glas, was vom Vorabend übrig geblieben ist, wer trinkt denn das leer? Das Wasser schmeckt einfach nicht mehr, es ist abgestanden. Und das gleiche haben wir in der Zirkulationsleitung auch, nur viel schlimmer, denn da steht es teilweise über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte. Und immer, wenn man Wasser zapft, wird so ein kleiner Schluck aus diesem alten Wasser mitgenommen. Genau, deswegen von uns hier ein paar trinkwasserhygienische Bedingungen, die man im Einfamilienhaus erfüllen sollte. Das ist natürlich einmal das regelmäßige Zapfen und Zirkulationsleitungen müssen durchströmt werden, aber auch Temperaturen sind wichtig. Und da ist die Empfehlung mindestens 55 Grad Warmwassertemperatur im Einfamilienhaus und es gibt auch Regeln, wie schnell das Warmwasser anliegen soll. Zum Beispiel maximal drei Liter müssen gezapft werden und dann soll warmes Wasser an der Entnahmestelle anliegen oder eine Zeit von 30 Sekunden darf nicht überschritten werden. Das sind so trinkwasserhygienische Rahmenbedingungen. Genau und die Zirkulationspumpe muss mindestens 16 Stunden am Tag laufen, also das Wasser in Bewegung halten. Das können sein, 6 bis 22 Uhr, kann aber natürlich individuell auf eure Bedürfnisse angepasst werden. Wichtig sind, dass die 16 Stunden auf jeden Fall Minimum eingehalten werden. Ja und an der Pumpe, die wir hier gerade neu eingebaut haben, ist eine schöne Zeitschaltuhr schon mit integriert. Da ist eine 24-Stunden-Einstellung verfügbar und man kann ganz einfach über die Bedienknöpfe die einzelnen Zeitfenster einstellen. Und wenn ihr Hilfe braucht, zum Beispiel für eure Trinkwasserhygiene, eure Zirkulationspumpe oder ihr braucht eine neue Pumpe, sprecht am besten den Fachanwerker der Innung an. Genau. Den findet ihr auf unserer Seite shk-info.de. Da sind von der Innung mindestens 24.000 Installateure in Deutschland aufgeführt und da ist sicherlich auch einer in eurer Nähe, der eure Pumpe kontrollieren, austauschen kann oder euch dazu beraten kann. Und jetzt zum Schluss zeigen wir euch nochmal, wie viel Energie verbraucht denn jetzt eigentlich die Zirkulationspumpe und wie viel Energie verbraucht die Zirkulation. Genau. Wir würden gerne von euch mal erfahren, habt ihr auch schon mal festgestellt, dass es lange dauert, bis warm Wasser kommt bei euch zu Hause an der Zapfstelle? Schreibt uns eure Erfahrung mal unten hier in die Kommentare rein. Und jetzt schauen wir uns mal die zwei Bereiche an, um die es geht bei dem Energieverbrauch einer Zirkulationsleitung. Dazu gehört einmal natürlich der Stromverbrauch der Pumpe und da gibt es schon deutliche Unterschiede zwischen einer neuen Pumpe und den älteren Pumpen. Alte Pumpen brauchen teilweise 20, 25 Watt oder sogar deutlich mehr. Schaut doch mal bei euch auf die Pumpe, wie viel die an Strom verbraucht. Und so eine moderne wie diese hier, die wir jetzt eingebaut haben, die braucht so 5 bis 7 Watt an Strom für die Zirkulation. Genau. Und der andere Betrachtungswinkel ist halt der, dass das warme Wasser, was umgewälzt wird im Gebäude, natürlich auch Wärme verliert und damit Energie verliert. Man kann sagen, dass in einem modern gebauten Haus etwa 10 Watt pro Meter Leitungslänge Energieverlust da sind. Aber dieser Energieverlust ist ja nicht verloren nach draußen, sondern er bleibt im Gebäude, da wo wir die Wärme ja sowieso hinhaben wollen. Von daher ist das gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir die richtige Waage finden zwischen dem Energieverbrauch und der Trinkwasserhygiene, nämlich eurer Gesundheit. Schließlich wollen wir ja alle dabei gesund bleiben. Genau. Und die Gesundheit geht dann eher vor. Definitiv. Ja, und das war es auch schon. Hat richtig Spaß gemacht, das Video. Richtig, genau. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Informationen daraus mitnehmen. Hinterlasst uns natürlich ein Like, wenn das so war. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Bis dann. Ciao. Ciao.